Was ist das Spirer Framework? Spirer Framework ist heutzutage die meist angewendete Vorgehensweise oder Methode um Agilität Enterprise in der gesamten Firma und nicht nur in einem Teil in der IT-Abteilung. Es geht darum, dass wir nicht mehr Scrum Teams überall in der IT haben möchten. Es geht darum, dass wir eine gesamte Lean-Enterprise haben möchten, dass wir die gesamte Firma Richtung Business Agility bringen. Und da ist es, wo Scalier Framework uns unterstützt. Daher lade ich Ihnen gerne ein, die Zertifikatskurs bei mir zu besuchen, wo Sie über zwei Tage die Prinzipien und Vorgehensweise von Scalier Framework lernen können. Wenn Sie den Zertifikatskurs Scalier Framework besuchen, sind Sie erst einmal zertifiziert als Lead & Safe Practitioner und Sie haben die Möglichkeit, in Ihrer Firma ein Scalier Framework einzuführen. Kommen Sie in mein Seminar, ich freue mich auf Sie! Kommen Sie in Fertig액book Kommen Sie in mein mondo zu machen, Kommen Sie in creators outez, Miriam-Weiser